lektion 10 im lotto gewonnen won the lottery mein vater und ich haben gehört dass mein onkel im lotto gewonnen hat das spiel heißt sechs aus 49 mein onkel hat sechs resteschalen getippt wir glauben unser onkel ist millionaire geworden mein vater erklärt mir dass mein onkel noch 2000 euro schulden bei ihm hat wir fahren unseren onkel besuchen als mein onkel die tür öffnet röst er nach alkohol er erklärt uns er habe gar nicht im lotto gewonnen mein onkel wollte nur angebung mein vater verlangt trotzdem sein geld am ende das gespräch gibt mein onkel meinen vater die autoslosche für sein altes auto damit hat mein onkel seine schulden beschreibt lerne fragen wie heißt das lotto spiel wie viel schulden der onkel beim vater wonach röst der onkel als er die tür öffnet dankeschön